Es geht um die Trainerfrage bei Bayern und da stehen ja natürlich einige Leute im Raum, die dafür in Frage kämen, ab Sommer den FC Bayern zu übernehmen. Viele haben sich auch die Frage gestellt, warum haben sie ihn denn nicht einfach jetzt gefeuert? Ich glaube, der Markt ist da einfach wieder zu wild unterwegs und ich glaube, man möchte auch auf keinen Fall so eine Situation haben wie letztes Jahr mit Bratzo und Kahn, dass die da auf Hektik Nagelsmann raushauen, auch wenn Nagelsmann hätte auch easy die Saison noch zu Ende machen können letztes Jahr. Die werden wahrscheinlich nicht ansatzweise in dieses Struggling kommen, in was sie waren und deshalb schauen wir nochmal auf die Kandidaten, die es im Sommer geben kann. Wir haben uns was Kleines überlegt, als wir in der Bahn zurückgefahren sind. Wir haben uns nämlich gedacht, hey, wir können doch einfach mal eine Liste machen. Jeder nimmt sich drei Trainer, die für einen in Frage kämen für die Position bei Bayern. Einer davon ist ein Quatschtrainer, just for fun, so ein Meme-Trainer, was eh nicht passieren wird, was extrem lustig wäre, wenn es passieren würde und was einfach nur in unseren eigenen Gedanken funny wäre. Der zweite Trainer ist ein unrealistischer Trainer, aber ein so Prime-Wunschkandidat, der beste Trainer, der dafür in Frage ging. Wenn du jetzt sagst, ey, ich wünsche mir den bei Hertha. So, so auf den bezogen. Auch einen Trainer, den Bayern jetzt nicht kriegen würde, auch wenn sie ihn haben wollen, würden jetzt. Also auch diese Trainer dürfen da mit rein. Und der dritte und letzte Trainer ist der, der ab Sommer realistisch wäre, Sinn ergeben würde und gut wäre. So, im Endeffekt haben wir drei Trainer rausgesucht. Und Community-Wahl. Und die Community-Wahl. Du hast da, hast du gemacht? Ja, auf Instagram. Auf Instagram hat Benji noch ein paar Dinge rausgelegt. Ihr könnt jetzt theoretisch gesehen, während wir das noch machen, da abstimmen. Genau. Ihr könnt jetzt nochmal auf Instagram gehen, das ist aber auf meinem Instagram. Ja. Apropos Abstimmung. Ah, Sabris Chat-Abstimmung, da war ja noch was, Sabri. 15 aber. GG ist dann alle. Dankeschön, dass alle mitgemacht haben. Man kann die auch laufen lassen bis nach dem Stream. Was war denn die Frage? HSV-Aufstieg mit Baumgart. Achso. Ja. Ja. Ja, 75% sagen ja im Chat. Ja. Alle aus Hamburg. Sind wahrscheinlich einige aus Hamburg. Es geht weiter. Die Dörte stimmt noch ab. Wir können es auch eigentlich noch laufen lassen, bis der Stream vorbei ist. Dann sehen wir es nämlich am Ende, wie wir abgestimmt haben, oder? Macht das. Soll doch oben drüber laufen, oder? Was sagst du? So. Oder bis wir die Nächste, falls ich noch irgendwann Lust auf eine Umfrage habe. Alright. Juti, genau. Wir schauen uns an, was ist auf dem Trainermarkt. Benji und ich haben uns jeweils drei Namen überlegt. Und ich würde sagen, wir starten. Mit welchen wollen wir starten? Wir starten mit unseren Wunschkandidaten. Absoluten Wunschkandidaten. Realistischer Wunschkandidat oder unrealistischer Wunschkandidat? Hast du zwei oder was? Naja, also ich habe einmal einen realistischen Trainer und ich habe einmal einen... Naja, du hast einen, der kommen könnte. Genau. Oder den, den du dir wünschst. Oder den wünschst. Dann machen wir erstmal den Wunschkandidaten. Chat, ihr schreibt bitte auch rein, euer Wunsch-Wunsch-Wunsch-Kandidat, der zu Bayern wechseln soll. Und wenn ihr jetzt sagt, ey, ist mir egal, ich bin kein Bayern-Fan. Für die Bundesliga ist es auch geil, wenn ein geiler Trainer einfach bei uns ist. Und darum geht es uns ja auch. Wir sind ja keine Bayern-Ultras, keine Bayern-Fans, keine Bayern-Liebhaber, sondern wir machen das für die Bundesliga. Ja, und deswegen, Globig, da könnten wir heute mal ein bisschen was erfahren von euch im Chat. Also, sag ich anfangen? Du kannst anfangen, gerne. Also mein ehrlicher... Dein Wunsch-Trainer. Ja, mein absoluter ehrlicher Wunsch-Trainer. Das ist eigentlich kein Geheimnis, habe ich letztes Mal auch schon drüber gesagt, was ich absolut geil finden würde. Und der, finde ich, auch so vom Stil her passt, so einfach von der Persönlichkeit her passt, weil er auch ein Mann mit Klasse ist und ein Mann ist, der einfach geil ist, finde ich. Und das ist dieser Mann auf diesem Bild hier, Zinedine Zidane. Ich finde den Mann absolut grandios, Digga. Aber ich finde, so einer würde richtig geil zu Bayern einfach passen, weil, wie soll ich sagen, ich finde, zu Bayern passt einfach jemand, der Klasse hat. So, da passt jetzt kein Baumgart hin, so, der wirklich ein geiler Typ ist, der eine Schnauz hat und sowas und der auch wirklich... Aber bei Bayern brauchst du jemanden, der vielleicht schon ein bisschen, ich will nicht sagen, mehr im Leben steht, aber du brauchst nicht so diesen Holz-Hacker-Typen. So diesen Holzfäller-Hemd-Typen. Du brauchst diesen Anzug-Typen, finde ich, bei Bayern. Ja, 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 kann man, also, ja, 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 kommt drauf an, aber ich fühle die Auswahl extrem. Ich finde, von Zinedine Zidane, dieser Einblick in die, was war das, von welcher Champions? Doku Real. Dabei Real in der Doku, wo er dann, wo man dann gehört hat, wie er mit den einzelnen Spielern geredet hat, das war Gänsehaut pur. Er kann, er spricht mehrere Sprachen, fließend, alles drum und dran. Das gibt's doch bei YouTube, oder? Wollen wir mal einen kurzen Blick werfen? Das hatten wir aber schon mal hier im Stream, aber wir können's auch nochmal uns anschauen, definitiv, safe. Einfach YouTube und gib mal einfach einen Zidane-Cabin, oder wie heißt's auf Englisch? Cabin? Kabin-Ansprache, ja, machst du auch auf Deutsch. Cabin heißt auf jeden Fall nicht, oder? Locker Room. Locker Room. Ja, vor sechs Jahren. Kommt ein bisschen fest. Ja, genau. Mal kurz einschauen, wirklich. Also, der Mann ist grandiose. Ja, mach, klick irgendwas. Klick irgendwas, Junge. Okay, und let's go. Diese Stille, Digga. Tut mir leid für alle, die jetzt zuhören, auf Spotify, die verstehen gar nichts von der Sprache. Warum? Hören die das? Naja, aber es ist Spanisch, Digga. Ah, ich dachte, er hat auf Englisch geredet gerade. Ja, Urla, kein Passant. Achso. Stimmt. Nee, aber reicht das. Er hat eine geile Ansprache gemacht. Genau, er bringt auch eine gewisse Ruhe damit rein. Eine gewisse Professionalität. Ich glaube, da ist keiner, der wirklich, der ausrastet. Ich glaube, der ist so einer, der weiß, wenn er die Ruhe bewahren muss. Und auch, der ist auch ein Spieler einfach von dem, die anderen Spieler, glaube ich, extrem Respekt haben von dem, was er erreicht hat als Fußballer. Der ist aber nicht so dieser, der jetzt gerade erst den Schritt macht ins Trainer-Dasein, sondern der jetzt auch schon dabei ist. Und der bei Real gezeigt hat, dass er Ahnung hat. Dass er auch vor allem so ein Team leiten kann. Ja. Und ein Team von voller Stars auch vor allem leiten kann. Chad sagt auch, Zidane hat drei Männer in der Champions League mit Madrid gewonnen. Wäre sehr, sehr geil. Back to back to back. Das wäre ein krasser Trainer, aber ist unrealistisch, weil ich habe letztens irgendwo gelesen, dass er zu keinem Team geht, wo er die Sprache nicht spricht. Ah, okay. Hat er wohl mal, also. Soll er Deutsch lernen. Soll er lernen halt. Und er ist schon bestimmt trilingual. Das wird er auch hinkriegen noch. Deutsch ist jetzt nur der, die das dem dem dem. Guardiola hat auch Deutsch gelernt damals. Ja. Ja. Bist du aus dem Holz geschnitten, Zinedine? Ist die Frage. Wahrscheinlich nicht. Schaffst du das überhaupt, ein deutsches Team zu managen, ha? Señor. Señor. Are you even good enough to learn German? This is the question, man. Have you the balls? Have you the balls? Leg deinen Kopf auf meine Brust und ich bring's dir bei. Come through. Alright. Nächster Trainer. Wir haben, oder ich habe, meinen Wunsch-Trainer, der nicht ganz realistisch ist. Jedoch ein erfolgreicher Trainer konstant, also ein erfolgreicher Trainer über die letzten Jahre war, der auch mit Stars umgehen kann. Bei mir ist die Rede von Mr. Jurgu Kloppo, der finde ich unrealistisch gesehen, weil er hat ja jetzt auch schon direkt nochmal gesagt, er wird weder national noch international ein Team übernehmen. Aber vom Fit her, finde ich, ist er der beste für Bayern. Du würdest es gar nicht fühlen, aber ich weiß nicht, warum du es nicht fühlen würdest. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube, weil er, und da habe ich auch noch ein Video rausgesucht, warum er der perfekte Mann für Bayern auch wäre, weil er auch endlich mal Sicherheit und Ruhe in diesen Laden reinbringen könnte. Das war seine Rede damals, als er bei Liverpool eingestellt wurde. Und ich fand, das ist natürlich nochmal eine andere Situation bei Liverpool. Die waren ja schon etwas länger dann erfolgloser. Also so richtig Erfolg gab es da schon länger nicht dann in dem Fall. Aber es war trotzdem ein großer Verein, ja. Und so ist der Reingang 2015 und so hat er das Ding gestartet. Da ist ja Bayern natürlich ein anderes Kaliber, aber ich glaube, auch das wäre er imstande zu managen. Schauen wir mal rein. Wenn du in kommst, ist es viel wichtiger, was die Leute denken, wenn du verlassen. Und bitte gib uns das Zeit, um es zu arbeiten. Aber in einem speziellen Liverpool-Way. Wir können erfolgreich sein, wenn wir es warten können, natürlich. Aber ich will nicht sagen, dass wir die nächsten 20 Jahre warten müssen und ich bin hier wieder. Ich weiß, dass ich hier in vier Jahren bin, ich glaube, dass wir in diesem Zeitpunkt einen Titel gewinnen. In diesem Zeitpunkt kommt das Böse. Böse hatte ich nicht. Wie oft vor allem. Prem, Supercup. Club World Cup. Club World Cup. Family League. Fan-Dienst League. Da habe ich ja alles gemacht. Naja. Geil. Sehr, sehr, sehr sexy. Und deswegen glaube ich, dass er von nur, es ist ja unrealistisch, es wird nicht passieren. Ich glaube, es wäre auch weird für die Bundesliga, wenn es wirklich passieren würde. Weil man kennt, man hat Klopp einfach nur als Erinnerung, dass er es geschafft hat, Bayern umzuwerfen sozusagen. Und die zu ärgern, indem er Back-to-Back-Meisterschaften da schaffen konnte. In einer Zeit, wo man auch wieder dachte, ja, eigentlich muss Bayern jedes Jahr wieder Meister werden, gerade aktuell. Deshalb unrealistisch. Aber vom Fit her würde ich sagen, das wäre, glaube ich, der wäre ein Mann, der auch Bayern wirklich richtig geil machen könnte wieder. Das fühle ich echt halb früh halt gar nicht irgendwie. Ich finde, es ist zu einfach für Klopp, so zu Bayern zu gehen, so zu diesem Nummer-Eins-Verein schon. Ich finde, er ist, wenn dann so einer, der zu einem geht, der vielleicht Zweiter, Dritter, Vierter, Fünfter ist und mit dem dann Geschichte schreiben kann. Ich finde, so einer ist Klopp. Ja, also er könnte mit Bayern auch Geschichte schreiben, indem er Back-to-Back-to-Back die Champions League gewinnt rein, theoretisch gesehen, so wie in Zidane oder so. Da wird ihm das keiner so, ne? Also, ich check, was du meinst, aber meine Meinung ist, dass er top passen würde bei Bayern. Und er muss doch nicht sich jedes Mal diesen Kopfhack geben, ein Team erstmal komplett umzukrempeln und wieder neu zu machen, Digga. Er kann auch mal in ein gemachtes Boot reingehen, Digga. Und das ist einfach mal dann seine Werte, seine Systeme wieder, vor allem zwischenmenschlich ist ja so geil. Jeder, der unter Klopp gespielt hat, sagt halt, dass er ein geiler Typ ist. Und bei Tuchel hört man das von den eher wenigsten. Apropos Klopp, ich habe auch eine richtig random geile Story bekommen, als ich in Dortmund war. Wir sind so im Taxi gefahren und mit dem Taxifahrer haben wir so über Dortmund geredet, weil das war, ne, es war in Bochum, aber die sind ja auch, das ist ja dort sehr in der Nähe, Dortmund. Und da ist mir eingefallen, dass, der meinte so, der hat mal Tuchel kennengelernt hat, 2006 oder 2008 oder 9 oder 10 oder so. Irgendwann ist Schahin gegangen und du weißt, der Taxifahrer war Türke und Türken war doch immer so voll Fan von Schahin und der ist so real gegangen. Und am Ende hat er ihn gefragt, so Schahin ist weg und so, was ist mit dem Mittelfeld und bla bla bla. Und da hat er ihm einfach geleakt damals, dass Ilkay kommt, mit dem Taxifahrer. So sympathisch von Klopp einfach, dass er das leakt an so einem Taxifahrer, um ihn so ein bisschen zu pushen. So wieder, weil er ist ja der letzte Mensch, der nötig hätte mit irgendeinem Taxifahrer über die Transfeste, aber sowas macht es übel sympathisch, deswegen kleine Random Fact von Taxi Ünal aus Bochum. Shoutouts gehen raus, geile Story, die er mir erzählt hat. Genau, dann machen wir weiter. Wer ist dein ehrlicher Bayern-Kandidat? Mein ehrlicher, realistischer Bayern-Kandidat, der ab Sommer Bayern übernehmen könnte, wo es auch dann sehr schnell wieder gut werden könnte, ist kein geringerer als der Wunschkandidat, den die eh schon haben. Absoluter Wunschkandidat. Auch warum wissen wir, warum der der absolute Wunschkandidat ist, ist meiner Meinung nach Xabi Aronso. Und warum ist er der absolute Wunschkandidat? Weil er hat schon mal im Bayern-Trikot gespielt. Er hat selber sehr erfolgreich Fußball auf allerhöchstem Niveau gespielt, bei Real Madrid, Bayern und Liverpool auch am Start gewesen. Und dort auch auf höchstem Niveau, selbst als er relativ spät in seiner Karriere nach Deutschland gewechselt ist, konnte er sofort zeigen, warum er so krass ist, wie er ist. Das heißt, du hast einen Trainer endlich installiert, der nicht wie Tuchel kein Fußballer selber war, so richtig, der auf höchstem Niveau so mitspielen konnte, mithalten konnte, wie die Bayern-Spieler selber sind, sondern jemanden, der immer noch mit den Leuten zum Teil auf dem Platz mithalten kann. Dazu habe ich auch ein geiles Video an die Regie geschickt. Könnten wir das uns einfach nochmal gemeinsam anschauen? Weil ich finde bei Tuchel, äh, ich rede die ganze Zeit über Tuchel, Digga, du bist in meinem Kopf drin. Weil Xabi einfach, glaube ich, auch im Training jeden einzelnen Spieler immer noch was beibringen kann. Technisch oder taktisch? Technisch, also alles, von jeder Hinsicht her. Und vor allem finde ich bei Xabi Alonso geil, dass er so eine richtig klare Spielidee hat. Man sieht richtig, wie er sein System bei Bayer Leverkusen eingepflanzt hat, wie die Spieler das umsetzen, was er sozusagen gebracht hat. Dann zeig mal das Video. Hast du nicht zugehört? Doch, da hast du nicht zugehört, ne? Xabi im Training, genau. Ja. Ah, wo er diese krassen Pässe spielt, ne? Ja, einfach. Ja, Digga. Wirklich. Du hast einen Trainer, wir reden hier von einem Bundesliga-Trainer, und dein Trainer ballert dir solche Flachpässe da raus, Digga. Wirklich. Einfach nur crazy, so besser als wahrscheinlich jeder von denen. Boah, wie die fliegen, ist das Sex. Richtig Satisfaction. Also, es gibt extrem viele Gründe, warum das passt. Er hat eine Klausel, das wissen wir schon seit etwas Längerem, dass er, wenn er will, zu Bayern, Liverpool oder Real Madrid als Trainer hingehen darf. Ich finde bei ihm extrem krass, dass er auch nach einem schlechten Start in Leverkusen, also ich finde, gerade wenn Trainer nicht nur in guten Zeiten gut sind, so wie bei mir das Gefühl war bei Hansi Flick oder bei auch Tuchel zum Teil, dass die in den guten Zeiten immer extrem souverän sind und richtig gute Trainer sind, Vorbilder sind. Man sieht richtig, man erkennt alles und es passt alles und die sind motiviert. Aber ich finde es geil, wenn auch etwas nicht so gut läuft, dann erkennst du, ob jemand auch wirklich krass ist. Und das, finde ich, hat man bei Leverkusen gesehen. Denn wenn man sich alleine die erste Saison anschaut, wo er das Team von Soane übernommen hat. Von wem? Von Soane, glaube ich, heißt er. Dieser jetzt Trainer von Gladbach. Wer ist Soane? Soane. Ja, doch, er ist Seohane. Gerardo Seohane. Der war der Trainer von Leverkusen vorher, als er dann übernommen hat. Und der ist jetzt der Trainer von Gladbach. Wenn du ihn siehst, dann kennst du ihn. Ah ja, okay, wahrscheinlich. Ah ja, okay. Du siehst, du siehst, sag mir was. Also das ist schon geil. Und er hat das Team übernommen, hat eine richtig schlechte Startphase gehabt. Kannst du einmal die Stats rausholen von Leverkusen in der ersten Saison? Ich habe gerade gehört gehasselt, Digga. Was ist das denn? Ich sage, wenn ein Thema geil ist. Ist das geil? Ist doch gut. Ja. Niklas? Geil. Oh, wir haben wieder die Webseite. Sollen wir lieber woanders gerade? Wir haben wieder die Webseite mit den geilen Werbungen. Ja, wir haben wieder das von Sternmarkt. Transfermarkt.de. Ja, runter, weiter, runter. Runter, runter, runter. Einfach runterscollen. Auf der Webseite. Genau. Da sehen wir den Start, den Leverkusen nämlich letzte Saison hatte, als er übernommen hat. Ich weiß gar nicht. Hatte Xabi Alonso mitten in der Saison übernommen? Ich glaube schon. Ja, ja. Das erste Spiel war gegen Union, glaube ich, oder? Wo sie 5-0 dann gewonnen haben? Oder das war so die Anfangszeiten auf jeden Fall? Das war aber, ja, ja, doch. Dieses Union-Spiel, da war ich dann. So, wo sie 5-0 gegen Union gewonnen haben. Ja, das ist das. Aber das ist nicht das erste dann. Nein, 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 warte, warte, Xabi Alonso, ich gucke mal nochmal, man kann auch bestimmt sehen. Wann hat Xabi Alonso übernommen? Chat, weiß das einer von euch, wann genau? Weil er hat, die hatten auf jeden Fall auch eine holprige Phase am Anfang. Ähm, Xabi Alonso hat übernommen am ersten, am, äh, sorry, am 5.10. Abendsantritt. 5.10., da sehen wir es doch. Ah, okay, das ist ein Monat, äh, ein Monat später dann das Union-Spiel. Genau, gehen wir nochmal zurück, 5.10. hoch, hoch ein bisschen. Ähm, da. Davor hat er gespielt gegen Schalke, 4-0 gewonnen, okay. Genau, dann 5-1. Danach Frankfurt 5-1 verloren, Wolfsburg 2-2, Leipzig 2-0 verloren und dann ab Union. Dann ging eine ganz gute Serie, aber auch da kamen dann auch nochmal ein bisschen schlechtere Zeiten, die sind halt auch von Tabellenplätzen gesprungen, aber irgendwann konnte er seinen Spielstil und das, was er haben wollte. Und seine Spieler auch holen, ja. Genau, und vor allem hat er im Sommer dann noch Scharker geholt zu Leverkusen. Äh, ich glaube, er ist auch ein Trainer, für den ein Spieler dann hinwechselt, weißt du? Ich glaube, bei Tuchel ist gar nicht so riesig der Faktor, dass wenn er da ist, dass er einen Spieler unbedingt unter ihm spielen will. Aber wenn du einen Trainer hast wie Pep Guardiola oder so, hat man ja mitbekommen, wie Storys aus der ganzen Zeit, wie halt so Menschen, so wie zum Beispiel, es war noch Sinan Kurt, hat man jetzt gehört bei Bilal, der diese Geschichte erzählt hat, dass Pep Guardiola ihn haben wollte und das ist der Grund, weil es gibt genug Spieler, die das gemacht haben, für einen Trainer irgendwo zu wechseln. Ich glaube, dieses Charisma hat ein Xabi Alonso und von daher glaube ich, wäre er der beste Trainer, den man installieren könnte realistisch ab Sommer, der auch direkt, glaube ich, funktionieren würde und langfristig denen extrem weiterhilft. Ja, und ich glaube, es wird jetzt auch ein fettes Rennen um Xabi Alonso zwischen Liverpool und Bayern. Ich bin echt gespannt zu sehen, wer dieses gewinnt. Die Infos kamen ja, Xabi Alonso ist ja offiziell auch der Wunschkandidat Nummer 1 von Bayern. Bei mir ist es immer noch Zidane. Immer noch Zidane. Ich glaube, das könnte was werden, Digger. Und ich glaube auch, er ist ein Spieler, der auch Spieler dazu, also ein Trainer, der Spieler dazu überzeugen kann, zu kommen. Also ich kann mir auch vorstellen, dass es ein enges Rennen ist zwischen Zidane und Xabi und egal mit welchen beiden, hätte Bayern damit einen sehr, sehr krassen Trainer. Ja, ich glaube aber, ich finde es halt einfach nur, glaube ich, für mich ist es sehr unrealistisch, dass Zidane nach Deutschland kommt. Vorhin hat jemand in den Chat geschrieben, ich weiß natürlich nicht, ob das stimmt, aber er sagt, Bericht von Sport1 heute, schreibt Flacito. Bericht von Sport1 heute, da meinte ein Freund von Zidane, dass er auf keinen Fall nach England will. Juve, Frankreich oder Bayern, weil Bayern ähnlich wie real ist. In Klammern Tugenden plus Mentalität. Aha, interessant, okay, dann habe ich wahrscheinlich gecapped. Aber wer weiß jetzt, ob das stimmt. Ja, aber wenn es ein Bericht von Sport1 ist, GG's, dann ist es ja, ja, geil, wenn das klappt, wäre er so geisteskrank wieder für die Liga. No Front an Tuchel, das war auch cool eigentlich, als er gekommen ist. Man hätte sich nur gewünscht, dass er ein bisschen gesünder in die Liga reinkommen wäre und ich glaube, dann wäre es vielleicht auch besser geworden, wenn er direkt eine Offseason gehabt hätte. Nein, er hätte mit Chelsea die Champions League gewonnen, aber England ist doch immer noch mal was anderes, Digger. Die haben ganz andere Möglichkeiten, wenn du dir Chelsea und sowas anguckst. Ja, ja, aber ich muss auch sagen, dass er gar nicht die Spieler, also er konnte auch wenig ändern. Er konnte wenig wirklich ändern bei Bayern. Er hat, das Einzige, was er bekommen hat, theoretisch gesehen, war jetzt ein Harry Kane. Eine Kündigung. Nein, ein Harry Kane hat er bekommen, aber überleg mal, die Verteidigung, komisch, womit er sozusagen arbeiten muss die ganze Zeit. Alle Spieler sind verletzt, er will ja einen Spieler haben, er kriegt die nicht. Wie selten passiert es, dass Bayern einen Spieler haben will und den nicht kriegt. Deswegen wird ein frischer Wind, wird eh gut Bayern tun wieder und ich glaube, ab Sommer, wenn dann E-Ball jetzt auch noch anfängt bei Bayern und dann ein neuer Trainer kommt, hat man eine Foundation, um für die Zukunft, glaube ich, wieder Großes zu schaffen. Habe ich mir auch gedacht, was spielt E-Ball für eine Rolle bei der Trainersuche dann auch? Bestimmt eine große. Wenn E-Ball jetzt damit am Start ist so, also who knows, vielleicht wird es ja am Ende auch doch ein deutscher Trainer haben. Viele geschrieben, viele gesagt, wir haben eine Umfrage gemacht, auch auf Instagram, Freunde, was denn eure Trainer-Favoriten sind. Auf jeden Fall braucht Bayern die man neu ist, denn wie wir hier auch nochmal sehen, auch Thomas, die Lokomotive, hat genug gesehen und es ist Zeit zu gehen von Mia Güte auf Twitter nochmal, haben wir gesehen, muss man auch mit einbauen. Also, können wir noch eine Sache zeigen? Du hattest dieses Bild da vorhin im Hintergrund aufgepackt. Ich finde, das können wir auch nochmal zeigen, wie kann, was, was, wer war das? OneFootballer oder was auch immer? Die, von den Trainern. Ach, diese Bilder? Achso, nee, wir haben noch den nächsten Trainer, sorry, du hast recht. Wir haben noch den Quatschtrainer und den aus der Community, sorry. Wollen wir erstmal die Community machen? Wir können jetzt den Community machen. Okay. Das ist gut, wir machen erstmal den Community-Pick. Also, wir haben auf Insta gefragt, Freunde, welche Trainer könnten Tuchel ersetzen? Und dann habe ich einfach mal die meistgenannten aus diesen Antworten rausgenommen und da kam raus, Xabi Alonso, Hansi Flick, Zidane Mourinho, Jogi Löw, Xabi oder Klopp. Und dann haben wir schon eine Abstimmung gestartet und ich habe gesagt, ey, wenn ihr, ich habe die am Anfang direkt geschrieben und habe gesagt, okay, ihr klickt euch jetzt durch, entscheidet euch für einen, bei den anderen drückt ihr alle Nein. Und bei denen, die ihr nicht benehmen wollt, drückt ihr Ja. Weil das ist eine klare Abstimmung. Und wir starten rein mit Jürgen Klopp. Jürgen Klopp hat eine Quote von 819 Ja-Stimmen zu 4166 Nein-Stimmen. Krass, so viele haben Nein gestimmt bei ihm. Ja, aber ich glaube, es liegt auch einfach wirklich daran, dass die gesagt haben, ganz klipp und klar, das wird nichts bei Klopp und dass die Leute einfach halt schon wussten, ey, das wird eh nichts. Hier habe ich vorher noch mal gelesen, bei Sky war das, glaube ich, hier. Beim FC Bayern ist ab Sommer der Chefsessel auf der Trainerbank frei. Jürgen Klopp wäre nach seiner Rücktrittsankündigung verfügbar. Wird der aktuelle Coach, das FC Liverpool in München, der Nachfolger von Thomas Tuchel? Laut Aussage seines Beraters von Jürgen Klopp steht er nicht zur Verfügung. Jürgen Klopp wird nach der jetzigen Saison für ein Jahr weder einen Klub noch eine Nationalmannschaft trainieren. Dafür, dabei bleibt es. Geil. Ah, und dann haben wir als nächstes Xavi. Xavi, wirklich. Ich glaube, ich sage die Leute auch nur, weil der schon von 4-3-3 und sowas in dieses Game mit reingewürfelt wurde. Ich meine, bei Barca läuft es jetzt auch nicht so gut mit ihm. Also, ich persönlich bin jetzt auch nicht so überzeugt von ihm. Er hat aber mehr Stimmen als Jürgen Klopp, und zwar 910. 910 Stimmen. Genau, Klopp hatte 809 oder 810. Xavi hat 910. Also es wird wahrscheinlich zwischen Xavi, Alonso und Zinedine Zidane das Rennen sein wahrscheinlich. Also, damit ist Xavi an sich eigentlich auch schon raus. Ja. Als nächstes in der Auswahl haben wir Jose Mourinho. I am Jose Mourinho. I am Jose Mourinho. Er hat übrigens letztens einen geilen Werbeclip für Tops gedreht, hast du es gesehen? Nee. 2 Premierships für mich. 3 für mich, 2 für sie. Respekt, man. Die Grafik hätte ja Todesgut gerade gepasst. Ja, ja. Gar nicht geraten. Also, dann hau die raus. Dann lass die werden. Einfach auf. Da sind zwar nicht alle dabei, aber auf jeden Fall ein paar mit dabei. Also. Jose Mourinho. Alle drei, die gesagt haben, waren dabei. Was denkst du? Ich wusste auch nicht, dass das jetzt kommt. Ich dachte, jetzt kommt noch euer Quatschtipp. Nee, den machen wir danach. Dieses Community-Ding wusste ich ja gar nicht, dass du das machen. Ja, Niklas hat nur am Handy gegangen, Freunde. Ja, mach ruhig auf. Mach ruhig auf. Ja, open it up, man. Open it up. Also, Jose Mourinho. Was denkst du? Gute Quote, schlechte Quote? Gute. 1755 Stimmen. Also, auch schon mal wieder doppelt so viele wie Xavi. Und Kloppo. Ja, ja, ja. Also. Ich, ey, wäre todesgeil. Ich würde es auch ultra fühlen. Aber ich kann es mir nicht vorstellen. Nee, es passt nicht so richtig. Es ist zu viel Trubel nochmal. Der ist so einer, der einfach zu Leipzig geht auch so. Ma, auf keinem. Meinst du nicht? Der so einfach so einen Fick gibt und sagt so. Na, niemals. Digga, niemals. Wenn du jetzt ein Team raussuchen könntest, wo Mourinho spielt in der Bundesliga? Dortmund. Boah, boah, wäre das krass, Digga. Dortmund würde passen. Tschüss, würde es knallen, Alter. Ja, das würde eher passen. Oder, Dortmund? Er sagt so. Two championships. Three championships for me, two for them. Respekt. Das ist heftig, Digga. Nach Terzic Mourinho in Dortmund. Wäre auch dann mal autoritär. Have you seen these fans outside? Have you seen your fan? Oh ja, oh ja, oh ja. Der wäre richtig. I don't talk to product. As long as the yellow wall jumps. Das wäre wirklich heftig. You know that the yellow wall jumps moment. Chad, was sagt ihr? Mourinho, BVB, werden Kandidaten egal. Wir schweifen ab. Eins oder zwei? Trotzdem. Auf jeden Fall 1700 Stimmen. Geil. Ja. Dann dein Kandidat, Xabi Alonso. Der muss ja die meisten haben. Come on. Doppelt so viel, 2400 Stimmen. Ja, also das ist auch schon sehr, sehr viele Ja's. Ich weiß auch, warum du jetzt deine Stimmen so gemacht hast, dass du das gemacht hast. Jetzt kommt nämlich schon Zidane. Was hast du in der Reihenfolge gemacht? Jetzt kommt Jogi Löw erst mal. Okay. Ja. Daddy, gib dem Ja. Jogi Löw hat 1322 Ja's Stimmen. Das ist krass. Mehr als Xabi und mehr als Klopp. Einfach auch, weil ich glaube, die meisten denken, dass Bayern einen deutschen Trainer holen wird. Klopp ist ja Spanier. Klopp ist Kloppo nicht. Ja, aber Klopp weiß man ja, dass er nicht kommt. Ja, 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 ja. Aber stellt euch mal vor, Digga. Ich bin der Eins und Zwei. Danke, Chat. Dankeschön. Korrekt von euch. Ihr seid immer mies geil, wenn ich euch was frage, Digga. Das ist für die Aktivität, Leute. Dankeschön. Was sagt die Umfrage? Hey, 26. Haben oder nicht haben, 26. Also. Stell dir mal vor, Digga. Jogi Löw steht bei Bayern am Seitenfeld. Ja. Also am Spielfeldrand. Und popelt. Digga. Es passt null. Es passt null. Es passt null. Aber 1300 Leute sagen ja. Dann haben wir Hansi Frick. Hansi Frick wird auf jeden Fall. Also ich habe viele Bayern-Fans gehört, die gesagt haben, einfach Hansi zurück. Da lief doch alles gut und so. So sagen die alle. So sagen die alle. Digga. Aber Hansi Frick war aus Versehen, dass es geklappt hat, Digga. Kann mir keiner erzählen. Digga, bei Hansi Frick, die waren alle in ihrer Prime, Digga. Du konntest gar nichts falsch machen, Digga. Ja, wirklich. Alle waren richtig am Start. Ich weiß nicht warum, aber ich finde Hansi Frick passt gar nicht. Seitdem ich wirklich einfach einen Blick darüber bekomme, wie er das alles managt, ergibt es für mich alles keinen Sinn mehr. Wer hat die Ansprachen geführt bei Bayern in der Zeit? Das kann doch gar nicht sein. Stell mal vor, Digga. Die haben auch kein einziges. Er war einfach nur so, Jungs, ihr macht es gut. Macht weiter, was ihr gerade macht. Die macht es gut. Lasst euch von mir gar nicht beeinflussen. Kirch hat gesagt, wir spielen heute 3-5-2. Ich kann auch Hansi Blick leider nicht mehr ernst nehmen. Es tut mir echt leid. Also stell mal vor, die haben auch gefühlt, in dieser Zeit hat Bayern noch fast irgendwas verloren, sonst hätte er so einmal dieses Graugensel-Video gepullt. Die wären so alle abgesprungen danach. Das ist auch funny, dass er einfach mal im Flur ist. Aber er meinte nicht uns, glaube ich. Nein, niemals. Also, Hansi Blick hat trotzdem 2400 Ja-Stimmen. Hansi Blick, ja, ich sage ja, viele Bayern-Fans haben zu mir gesagt, da liefst du ja gut. Als ich in Bochum war, habe ich mit vielen Fans gesprochen. Die haben ja immer eine Fan-Freundschaft. Und, ja, da haben viele gesagt, die wünschen sich Hansi Blick zurück. Aber nicht mehr Stimmen als Xabi bisher. Also, ganz knatzknapp, irgendwie ein Unterschied von 30 Stimmen. Hatte Xabi, nee, stell dir mal vor, du könntest zwischen Xabi und Hansi und du kannst nur eine Stimme abgeben. Du machst so. Hast du dieses, wirklich dieses Meme mit diesem Knopf, welchen man drückt? Achso, ja, wirklich. Hansi Blick einfach. Woher? For real. Na gut, und dann haben wir halt Zidane. Ich habe tatsächlich eine ganz zufällige... Vor allem, apropos, Chet hat es noch reingeschrieben, Flacito, Shoutouts. Er ist ja auch bei Barca im Gespräch, Digga. Das geht doch gar nicht. Nein. Doch, er ist wirklich bei Barca im Gespräch. Den geht es richtig scheiße. Den geht es richtig scheiße. Das ist so wie Kienzmann bei Südkorea, Digga. Hansi muss einfach jetzt das Land verlassen, damit er wieder einen Job bekommt, gefühlt, Digga. Nachdem alle diese Prime-Doku gesehen haben. Das ist so wie David Hasselhoff, Digga. Der ist auch nur noch in Deutschland beliebt. David Hasselhoff? Echt? Warum ist er nur noch in Deutschland beliebt? Nein, aber es gibt auch so manche Musiker so. Fühlt sich keiner dann so, ne? So wie Ray Garvey, Digga. Er ist einfach deutscher Star, aber in Irland kennt ihn keiner. Ist das so, ja? Ist das so? Ich schwöre, er sitzt bei jeder Staffel bei The Voice of Germany da drin, Alter. Ihm gehört das gefühlt. Und man denkt, er ist so der Superstar aus dem Ausland, der sich trotzdem mit uns Deutschen abgibt. So richtig cool. Redet seit 20 Jahren so, als hätte er noch einen Akzent in den Englischen, Alter. Obwohl er bestimmt schon fließend Deutsch kann. Und im eigenen Land nix. Ja, ist das so? Jungelcamp. Jungelcamp. Na, Juti. Als letztes war noch Zidane mit zur Auswahl. Wieso hast du gerade so zweimal angeteucht, als würdest du klatschen? Ich hab so die Wiederholung gesagt. Was machst du? Mann, was machst du? Ich hab so ein Latt. Spruch mal zurück nochmal, gebt euch den mal. 2.995 Stimmen, also die meisten Stimmen für Zidane. Ja, deswegen hast du sie daraus gewählt. Nein, es ist ganz normal die Post-Reihenfolge. Es war ultra Zufall, dass es tatsächlich auch am Anfang so gut funktioniert hat. Stark, Alter. Nein, GGs gehen raus an Zidane in der Community-Wahl. Er wird der neue Trainer ab Sommer, wenn es nach der Community von Benji geht. Okay, dann würde ich sagen, es ist Zeit für den Quatschtipp, für den Kandidaten bei Bayern. Aber ich hab jemanden, den könnte man vielleicht auch als Nicht-Quatsch empfinden. Der ist sehr gefährlich und trotzdem sehr passend zum FC Bayern. Denn wir wissen ja gerade, passieren beim FC Bayern unmögliche Dinge. Man verliert Back to Back to Back. Das hat man schon lange nicht mehr erlebt. Das wäre mal ein Stat, die ich gerne wissen würde. Wann ist das jetzt passiert? 2009. Tschüss. From the Pistol, man. 2009 in dem Jahr, wo Wolfsburg Meister wurde. Da gab es eine Back to Back to Back. Also, ne, hatten sie da. Jemanden, der charismatisch ist und auch kein Blatt vor den Mund nimmt. Ja, und die Situation ist eh sehr aussichtslos. Mit acht Punkten Vorsprung ist Leverkusen quasi schon Meister. Deshalb müssen wir jemanden holen, der das Unmögliche möglich machen kann. Und die Sache ist, ich rede von keinem geringer als den aktuellen Trainer von Galatasaray, ist da wohl Okan Buruk. Der Sascha Boe schon kennt bei Bayern. Ja, den hat man ja für 30 Millionen von denen abgekauft. Okan Buruk im Sommer. FC Bayern. Und wenn nicht sogar jetzt. Also, wenn die noch was ändern wollen, würde ich sagen, macht's jetzt. Ja. Ja, ihr installiert da einen Türken. Es gab auch noch nie einen Türken als Trainer beim FC Bayern. Aus Gründen, Digga. Aus Gründen. Ich pull mal das Video raus, was ich reingepackt habe, warum ich glaube, dass er auch sehr schlagfertig genug ist dafür. Ist es der, der den Schiri getreten hat? Nein, Digga. Nein, der hat das. Oh, er sagt, wenn ich, guck mal, wenn ich jetzt nur seinen Mund sehe und wie er so gerade bewegt würde, würde ich sagen, er sagt, oh, das ist Butchuchuchu. Aber das ist nach dem Bayern-Schwil. Das heißt, man kennt ihn auch. Ja. Man kennt ihn auch. Und ja, ich würde sagen, Max Eberl. Können wir den Ton an? Denk an. Es ist kein Ton in dem Video. Das reicht auch. Ananasiki. Oh, das war schon Ananasiki, hat er gesagt. Stell mal vor, du warst ein Trainer. Wie geil ist denn das, dass die einfach dieses Video ohne Ton hochladen können und jeder weiß, was er sagt? Digga, stell mal vor, du hast deinen Trainer, der ist an der Seite, der ist, du Hurensohn, ich fink deine Mutter wirklich so zum Stiegel. Bei der Champions League auf dem Platz, wo 100 Kameras auf dich gerichtet sind. Und dann erst so, Ananasiki, wirklich so scheiße. Ja, das heißt, es ist nämlich der Quatschkandidat für den FC Bayern-Job im Sommer. Niemand Geringeres als Okanbrook. Ja, das wäre einer wirklich, der würde so ein neues Kabinenvideo machen, wo der Trainer durch die Kabine geht und Bam, Bam, Bam. Wirklich, dann steht er vor Kimmich und Kimmich sagt so, willst du von mir? Und dann macht er Bam und gibt ihm einen und dann spielt Kimmich wieder gut, sage ich. Meinst du, Kimmich ist so ein Frecher auch? Du hast mir gar nichts zu sagen. So könnte ich mir schon ein bisschen vorstellen. Aber obwohl, ich glaube, er ist schon einer auch dieser sehr der ist, der alles das macht, was der Trainer will. Ja, der ist auch eine Kampfsau. Der kämpft ja auch. Also ich glaube, der ist schon dieser... Ich glaube, man denkt nur, dass er so ist, weil er unbedingt den Willen hat, auch zu gewinnen. Trainingsweltmeister sehe ich den ein bisschen auch. Dass der auch im Training so richtig alles gibt immer und so manchmal auch ein bisschen too much. Diese Verletzung im Trainingsspiel. Trainingsweltmeister immer so. Hat doch jeder gehabt im Verein. Ich glaube, er ist schon so ein Trainingsweltmeister. So schätze ich ihn ein. Aber es sind Spekulationen, so wie Martin Kind sagen würde, Spekulationen möchte ich jetzt nicht reingehen. Ja, bringt ja auch nichts. Okay, dann mein Quatschkandidat. Ich habe tatsächlich zwei und ich möchte erst mal, bevor Niklas jetzt irgendwas outpult, ich mache ein kleines Quiz daraus, okay? Wir machen ein kleines Trainerquiz. Welcher Trainer wird gesucht? Ich sage jetzt einfach mal seine Station. Okay. Trainer bei Bayern schon gewesen. Okay. Trainer bei Hertha schon gewesen. Okay, ich weiß es schon. Aber mach die viele Liste vor. Deutschland Trainer gewesen. For real? Das ist heftig. Das wusste ich ja nicht. Und Trainer? Hä? Bayern Trainer, Hertha Trainer. Ja, ich weiß, wer es ist, aber ich wusste nicht, dass er Deutschland Trainer war. Ich glaube, er weiß nicht. Ich glaube, er weiß nicht, wen ich meine. War ich nicht oder er? Er. Ich. Reden wir über Sommermärchen? Er war auch Trainer bei Südkorea. Ah. Ich sehe ein Comeback von Jürgen Gliedmann bei Bayern. Okay, okay, okay. Mit Facebook-Sperren hat. Welcome, welcome. Ha, ho, hey. Euer Jürgen. Aus diesem Grund möchte ich Präsident werden. Obwohl ich 10 Millionen im Jahr verdiene, werde ich das trotzdem noch machen. Und deswegen bin ich im Fußballverein angemeldet, obwohl ich einen Jahresumsatz von 10 Millionen habe. Das hat er so ungefähr erzählt. Nee, du stehst auf dem Schlauch. Ich meine, war die, Tim. Ach so. So sitzt er gerade da. Warum ich als Millionär trotzdem auf Toilette gehe? Stark. Nee, Jürgen Kielfer ist geil. Aber ich blieb besser als bei deinem Team. Er hatte 10.000 Video auf Facebook. Das ist krass. Live. Aber das war auch ein sehr heißes Thema in der Zeit. Ich glaube, da hat sich so viele Menschen haben sich an diesem Live vergnügt. Aber nur einmal geteilt. Damn. Fickst gekauft. Safe hat Bild irgendwas da geregelt. Das lief bestimmt auch bei Bild live. Aber guckt dir auch mal diesen Screenshot an. Das ist einfach Windows 2000, Dinger. Windows sieht einfach bis heute immer noch so aus. dieses Graue, Alter. Ja, Digga, ist doch so. Ach so, da unten. Ja. Ah, what the fuck. Ich glaube, das ist Windows Vista oder sowas, aber im Grauen. Ja, diese alte Internet-Explorer-Zeichen auch, ne? Daran siehst du. Ah, man. Das ist krass. Ja, wer auch überhaupt bei Facebook immer noch aktiv ist. Crazy times, man. Yes. Ha, ho, he, euer Jürgen. Das ist geil. Das ist geil, ja. Ich habe an Markus Babbel gedacht. Ah, nee. Aber der war ja gar nicht Trainer bei Bayern. Ich habe mir die ganze Zeit auch schon drüber geredet. Der war ja auch nicht Trainer bei Bayern. Der war nur Trainer bei Hertha. Der war schon wieder bei Bayern, oder? Oder bei Trainer bei Hertha, ne? Ja. Hat doch Aufstieg gemacht. Deutschland-Trainer Markus Babbel? Nein, 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 nein. Deswegen, da war ich, da war ich. Da war ich. Ich dachte so in meinem Kopf irgendwie, dass er bei Bayern auch Trainer war. Ah, nicht mal bei Bayern Trainer. Sorry. Ich stand auf dem Schlau. Einmal ein Trainer, der nochmal den Spielern wirklich zeigt, was harte Arbeit ist, um wirklich einen Titel zu gewinnen. Oh ja. Und ich habe das Gefühl, es brauchen auch nochmal einige Spieler bei Bayern, dass hier Ego dann ein bisschen zurückgestellt wird. Und die Rede ist von keinem Geringeren als Felix Medizinballmagat. Macher. Und definitiv ein Kandidat für Bayern. Der sollte das auch sein. Da sieht man nochmal dann vielleicht, dass Titel gewinnt, kein Zuckerschlecken ist, sondern harte Arbeit. Und vor allem der Co-Trainer, der Braveheart-Dude, der Schotte. Schreibt gerne mal noch in den Chat euren größten Quatsch-Kandidat für Bayern und auch warum. Ich glaube, das war eigentlich eine ganz, ich fand das heute zumindest eine ganz feine Idee. Ja, auf jeden Fall.